Wir wurden circa gegen 1 Uhr zu einem Brand in einer Großbäckerei hier im Industriegebiet in Kohlberg gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hat sich Rauchentwicklung und Flammenbildung im Bereich der Öfen ereignet. Im Gebäude waren zu der Zeit noch sieben Personen. Weitere Personen hatten das Gebäude bereits verlassen. In Summe waren 24 Personen betroffen. Zehn davon wurden von dem Rettungsdienst und dem eingetroffenen Notarzt gesichtet und überprüft. Es wurde keine Person ins Krankenhaus verbracht. Wir haben anschließend das Feuer mit einem Schaumlöscher gelöscht über den Öfen, haben das Feuer kontrolliert und auch die Temperaturen der Öfen weiter im Blick gehabt. Wir waren hier im Einsatz mit zwei Fahrzeugen und 21 Mann. Corona-bedingt mussten wir mit mehreren Fahrzeugen hier anfahren, weil nicht alle Sitzplätze besetzt werden können. Wir haben die Öfen komplett stromlos geschalten. Ob ein weiterer Betrieb möglich ist, ist aus unserer Sicht nicht klar. Das klärt aktuell der Betreiber. Für uns ist jetzt hier keine weitere Tätigkeit mehr notwendig.